Ein Nachruf für Norman Rear, eine TV-Legende, die die Bildschirme und Herzen eroberte. Am 5. Dezember 2023 verlor die Welt des Entertainments eine strahlende Ikone, als Norman Rear im Alter von 101 Jahren verstarb. Die traurige Nachricht wurde von seiner Sprecherin offiziell bestätigt und hinterließ in der Film- und Fernsehbranche eine Lücke, die kaum zu füllen sein wird. Norman Rear, ein herausragender Produzent und Autor, prägte das Gesicht des amerikanischen Fernsehens und schuf einige der unvergesslichsten und bahnbrechendsten Serien. Geboren am 27. Juli 1922, begann Normans Karriere in der Unterhaltungsindustrie in den 1950er Jahren. Sein Talent und seine Kreativität fanden schnell Anerkennung, und er stieg rasch in der Branche auf. Lear erlangte weitreichende Bekanntheit und Wertschätzung als Schöpfer von Fernsehserien, die nicht nur hohe Einschaltquoten erzielten, sondern auch soziale und politische Themen mutig ansprachen. Eine seiner bekanntesten und bahnbrechendsten Schöpfungen war zweifelsohne die Sitcom All in the Family, Deutsch, Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe, die von 1971 bis 1979 ausgestrahlt wurde. Die Serie, die das Leben der Arbeiterklasse im Stil einer Familiensitcom porträtierte, war nicht nur humorvoll, sondern wagte es auch, kontroverse Themen wie Rassismus, Sexismus und politische Unruhen anzusprechen. Unter der Leitung von Norman Rue wurde All in the Family zu einem Meilenstein in der Geschichte des Fernsehens und gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter mehrere Emmy Awards. Ein weiterer großer Erfolg Lees war die Schaffung der Serie, die Jeffersons, Originaltitel, The Jeffersons, die von 1975 bis 1985 ausgestrahlt wurde. Die Show folgte dem Leben von George und Weezy Jefferson, einem afroamerikanischen Ehepaar, das nach einem erfolgreichen Geschäftsumzug in eine gehobene Nachbarschaft zieht. Auch hier brach Lear mit Stereotypen und eröffnete dem Publikum einen Blick auf die Herausforderungen und Triumpfe einer schwarzen Familie im Amerika der 70er und 80er Jahre. Norman Rue verstand es meisterhaft, Humor und Gesellschaftskritik zu verbinden. Seine Shows waren nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich und inspirierend. Sie spiegelten die Realität wieder, nicht nur in den Charakteren, sondern auch in den Themen, die sie behandelten. Der Einfluss von Lears Arbeit auf die Popkultur und die Fernsehlandschaft ist bis heute spürbar und wird Generationen von Zuschauern nachhaltig prägen. Abseits seiner beeindruckenden Karriere als Fernsehproduzent und Autor setzte sich Norman Rue auch für soziale und politische Anliegen ein. Er engagierte sich aktiv in verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen und setzte sich öffentlich für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit ein. Sein philanthropisches Wirken spiegelt seine Überzeugung wider, dass Unterhaltung nicht nur dazu dienen sollte, die Menschen zu amüsieren, sondern auch, um Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen. Norman Rue wird nicht nur als Pionier des Fernsehens, sondern auch als engagierter Bürger und humanitärer Aktivist in Erinnerung bleiben. Sein Erbe wird in den zeitlosen Episoden seiner Serien weiterleben und Generationen von Zuschauern inspirieren, die Welt um sie herum kritisch zu betrachten und sich für positive Veränderungen einzusetzen. Mit dem Tod von Norman Rue verliert die Welt einen Visionär, dessen künstlerische Brillanz und soziales Engagement einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Möge er in Frieden ruhen, während sein Vermächtnis durch die Geschichten, die er erzählt hat, in unseren Herzen weiterlebt.